So, und es geht weiter. Diesmal ist es dunkler geworden, es regnet und ich glaube ich werde trotzdem wieder sterben. Aber ich versuche, naja hier konnte ich ja eigentlich nichts anderes versuchen, da ich ja einen Haufen Brugs töten musste. Ach Gott, ich verstehe es noch immer nicht so ganz. Weißt du was noch? Du wirst hier gleich der Tote sein! Ich werde dich ganz allein! Alter! Hey! Mensch schlägt Uruk! Uruk schlägt Mensch tausendfach! Ach Leute, ich sage euch das ist frustrierend. Ich will mir das gar nicht mal anschauen. So, hallo? Wer bist du, Geist? Was willst du von... Mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf. Gott. Leute, wenn ihr ein Spiel wollt, was euch frustriert, dann... ...ist das das Richtige für euch? Neues Fundament! Sei einfach ruhig und grabe weiter! Halt den Mund unter Arbeit! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ach Gott, das ist wirklich frustrierend. Was? Was? Hör nicht! Soll der Grabenwandler dich doch zu Tode anstrengen! Er ist kein Gegner für die Uruk! Du könntest einen Sklavenkopf in die Luft werfen, und er wäre von Molzen durchfohrt, bevor er überhaupt wieder Richtung Erde segelt! Ah! Nass Kuga, Nass Kuga, Nass Kuga, Nass Kuga, Nass Kuga, Nass Kuga, Nass Kuga! Ja, und noch ein paar weniger totes Graben als Hexensverserbe übrig. Und was sehe ich heute Morgen? Kräber, die das ganze mit Wutembleich abbrissen! Oh, okay. Oh, 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 oh! Da, hier! Ah, gehör, das Schlund wird das Ärger nehmen! Klingt doch nach einem guten Kampf! Hoffentlich schicken Sie mich dorthin! Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihm glügt, dann kämpf besser bis aufs Blut! Ja, das ist wahrscheinlich der Waldreifer! Oh, tja! Ich werde jetzt mal zuerst versuchen, rumherum aufzuräumen. Dann, wenn alles erledigt ist, schauen wir mal weiter. Turmburg hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davon gerannt. Ah! Jemand hat ihn getötet! Wird er nicht lange überleben! Dann hat die Idiot in meinem Paar Orux ohne irgendeine Verletzung getötet! Ich habe auch schon die Gule gegessen! Schleucht da jemand umher? Wahrscheinlich Ratten! Wir finden schon etwas anderes zum Töten! Keine Sorge! Auf da! Da zieh dich auf! Ach, das bin heutzutig mir! So! Wenn ich die Wahl hätte, ob ich ein Schütze oder Jäger sagen sollte, würde ich nicht Jäger werden! Kein Pfeil kann so eine große Sauerlei aus den Pfeilen laufen! Alles! Warte! Ich rieche etwas! Ja, komm, 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 komm! Nein, du hast los. Wir sind,gew first uns stomping ein Tram phot excluded mom von 8 9 1 1 2 2 Ich versuche jetzt mal, so gut wie möglich sauber zu machen. Ich glaube, da hast du jetzt etwas verdient. Ein Sturz macht mir nicht aus. Das war doch gar nicht. Absolut. Ich würde von noch höheren Schelsvorsprüngen fallen und würde trotzdem weitermachen. Einer Gegner hat sich etwas bewegt. Ach komm. Einer, rief, sache, schweb. Ich gucke die Kerze, wenn der Heinrich kommt und erweckt hat, muss ich sie weg. Du hast mein... Kaum zu glauben, der zweite Häuptling, ich hab's geschafft, ich hätte es nicht geglaubt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, so... Mal aufsammeln. Ach, das mach ich später. Jetzt mal die anderen zwei Idioten da holen. Na los. Alles klar. Na los, nein, 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 nein. Na los. Ach, komm. Na los. Na los. Na los. Na los. Na los. Hallo, Maus, wieso bewegst du dich nicht? Na los, lauf, 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 lauf. Du siehst nicht gut aus. Ich sollte dir einen Gefallen tun. Und dich einfach treten. Gott. Nein, 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 nein. Also los, Jungs. Schlag ihm in die Weichteile. Oh, fuck. Na los, die müssen schon wieder schnell wegrennen. Das könnte es nicht mehr jetzt sein. Los, 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 los. So, ich mach wieder eine kurze Pause. Bis gleich.